I.B. gegen den FC Basel. I.B. hat wirklich gut gespielt. Am Ende heisst, I.B. hat wirklich gut gespielt. Und ähm, ja. Vergesst nicht zu abonnieren auf Youtube und folg mir auf Instagram und ähm, ja. I.B. und FC Basel hat wirklich gut gespielt. I.B. hat in der ersten Halbzeit wirklich schlecht gespielt. Und dann kommt dann FC Basel mit 1 zu 0 in der 5. Minute FC Basel. Und dann kommt I.B. in der zweiten Halbzeit. I.B. hat wirklich gut gespielt und I.B. hat dann 1 zu 1 gemacht. Und dann ist am Ende, ähm, am Schluss Rüsseldorf mit 1 zu 1 am Ende geblieben. Und ja, Leute. I.B. hat wirklich ein sensionales Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Also I.B. hat wirklich gut gespielt in der zweiten Halbzeit, Leute. Und ähm, ja. So wie gesagt, I.B. hat dann einen Punkt geholt mit 1 zu 1. Und ähm, ich hab auch, ich hab mich wirklich aufgeregt. Das 1 zu 0 für Basel. Und dann kommt I.B. mit einem 1 Meter in die Armee. Macht das 1 zu 1. Und ja, Leute. Und I.B. hat, ähm, wirklich einen sensionalen, ähm, gut gespielt. Also der Insame. Und ähm, ja, Leute. Und ähm, Puh, I.B. ähm, weiß man gar nicht davon in diesen Minuten. Also wirklich gut gespielt. Würde. Also wirklich gut gespielt. Und. Ja. Leute, das war's mit meinem Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet euch das Video gefallen, Leute. Gibt das Video damit hoch, Leute. Ähm, 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 bis zum nächsten Mal Video. Morgen kommt das neue Video mit Silverstar. Und ja, Leute. Das war's mit dem Video. Und. Püß. I.B. 1 zu 1 gegen FZ Basel. 1 zu 0 Basel für 10 Minuten. Und dann kommt I.B. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet euch gefehlt. Und. Püß. Püß.